Rurik Gislason stand unter Druck Letzten Star Rurik Gislason und seiner Tanzpartnerin Renata Lusin fiel es in Live-Show 5 nicht leicht aufs Parkett zu gehen. Schließlich hat kurz vor ihnen GZSZ-Star Valentina Pade eine 30-Punkte-Darbietung hingelegt. Warum trotzdem kein Konkurrenzkampf unter den Promis herrscht, verrieten uns Rurik und Valentina nach der Show. Rurik hat höchsten Respekt vor Valentinas Leistung. Der ehemalige Fußballprofi Rurik bringt die Damenherzen reihenweise zum Schmelzen, doch wenn er die Konkurrenz auf der Tanzfläche sieht, bekommt er auf einmal weiche Knie. Das ist nicht einfach nach Valentin und Valentina zu tanzen, gesteht er uns. Das sind keine Promis, das sind zwei professionelle Tänzer. Was Valentina zu seinem Lob sagt, zeigen wir oben im Video. Am Ende musste sich Rurik aber gar keine Sorgen machen, von der Jury gab es immerhin 29 Punkte für seinen schwungvollen Quick-Step. Let's Dance – auf TV in OW streamen Freitags ab 20.15 Uhr wird bei RTL getanzt. Parallel zur TV-Ausstrahlung läuft Let's Dance auch auf TV in OW im Livestream. Folge verpasst? Hier gibt es auch alle Shows nachträglich online auf Abruf. Noch mehr Tanzinsider gibt's übrigens jeden Samstag bei Audio Now. Im offiziellen Let's Dance-Podcast sprechen Isabel Edwardson und Martin Titien nämlich immer über die vergangene Show.